So, kommen wir heute zu einer Produktkategorie, von der ich noch nicht allzu viele getestet habe. Einfach weil ich sie persönlich nicht sinnvoll genug in meinen Alltag einbringen kann. Das kann natürlich bei euch komplett anders sein und deswegen kommen wir jetzt zur, und der Name geht jetzt nicht ganz so flüssig von der Zunge, Mobvoi TicWatch Pro 4G LTE. Sagen wir einfach TicWatch Pro 4G, das geht schneller. Schneller geht es auch, wenn ich den Software-Part weglasse, denn es ist ein Android-Ware-Gerät und das funktioniert wie jedes andere auch. Habt ihr mit Sicherheit schon irgendwo gesehen, deswegen kann ich mir das sparen. Allerdings auch die Erwähnung der Zusatzsoftware von Mobvoi, denn im Alltag bringt die nicht wirklich viel mehr. Kommen wir jetzt eigentlich schon zur Hardware, denn ihr seht hier auf der Rückseite schon, dass das Band wechselbar ist, das auch ein bisschen auf der dickeren Seite ist, wie die Uhr selber. Aber ich muss sagen, das ist flexibel genug und auch wirklich bequem, denn am ersten Tag dachte ich noch, die ist relativ dick und schwer. Als ich sie dann allerdings vielleicht nur so einen halben Tag mal anhatte, muss ich sagen, habe ich sie schon nahezu vergessen, denn sie ist relativ sicher am Arm, bewegt sich auch nicht allzu viel und eben nur im Winter jetzt vielleicht mit einem dickeren Mantel hat sie gestört wegen dem Ärmel. Aber dafür kann die Uhr ja selber nichts für, denn sie ist dicker und noch ein bisschen klobiger schwerer. Das sind allerdings viele teure Uhren ja auch. Ansonsten von der Bearbeitung gibt es hier absolut nichts zu bemängeln, wobei ich jetzt gar nicht sagen möchte, was hier Metall oder Plastik ist, weil ich mich da sonst sowieso immer irr. Gibt es dann hier so eine leichte Textur und auch einen Schutz fürs Display, denn ich habe sie hier minimal verkratzt, allerdings ist dem Glas daher zum Glück nichts passiert. Und dann seht ihr auch schon eines von zwei Displays. Das hier wäre das Transreflektive und das wäre das für heutige Standards eben normal genutzte OLED-Display. Der Unterschied ist einfach, dass das Transreflektive den Vorteil hat, zum Beispiel gerade bei hellem Sonnenlicht, dass je mehr es einfängt, leichter ablesbar macht, was das OLED-Display eben oft verhindert, aber das ist auch noch zusätzlich ein bisschen energiesparender. Zur Akku-Laufleistung selbst kommen wir dann später. Das normale OLED-Display, muss ich allerdings sagen, ist auch von einer wirklich guten Qualität, denn es ist schön scharf, hell genug, die Farben sind gut. Ist allerdings eben noch zu erwähnen, dass das normale Display, also dieses Transreflektive, noch einen zweiten Nutzen hat. Denn hier zum Beispiel gibt es eine Extrataste, da kann man jetzt zum Beispiel auf eine Extrafunktion, die frei belegbar ist, zugreifen, allerdings mit einem langen Druck auch noch auf diesen wesentlichen Modus zugreifen. Was dort passiert ist eben, dass ihr nur noch auf dieses Interface wechselt, wo dann praktisch nur noch die Urteil angezeigt wird, die Schritte und so weiter, und im Prinzip alle Smartwatch-Features abgeschaltet werden. Also ihr habt dann keine Verbindung mehr mit eurem Handy, kein GPS oder Sonstiges. Das ist dann im Prinzip nur noch eine ganz normale Uhr, die dann 30 Tage halten soll, im Vergleich zu den sonst so zwei bis drei Tagen bei voller Verbindung. Also ich muss sagen, ich habe fast drei Tage hinbekommen, würde allerdings sagen, in der Regel würde ich alle zwei Tage laden, was jetzt für mich ein bisschen zu häufig ist, da ich eben nicht ansatzweise die volle Funktion dieser Uhr nutze. Denn es ist eben nicht nur eine ganz normale Android Wear Watch, sondern durch die 4G oder eben durch die eSIM-Funktionalität könnt ihr damit auch Anrufe tätigen. Ihr könnt damit eben auch per Google Pay zahlen. Ihr könnt auch eben per GPS tracken und ihr braucht dann eben euer Handy nicht unbedingt immer dabei haben. Zum Beispiel auch die Musiksteuerung finde ich sehr gut. Denn wenn Musik läuft und ihr das Display antippt, habt ihr direkt das Interface offen, könnt dann die Lieder wechseln und auch die Lautstärke. Das ist zum Beispiel gerade praktisch für die Leute, die eben zum Beispiel TWS nutzen, der das nicht hat. Und deswegen ist das sehr gut gelöst. Und wenn das im Alltag für euch genug Wert ist, dann ist das schön. Denn ansonsten muss ich sagen, Android Wear bietet für mich jetzt nicht so viel, was ich bräuchte. Also Pulsmesser ist natürlich noch da und die ganzen sonstigen Funktionen, das ist auch schön und gut. Natürlich plus Spracheingabe und so weiter. Nutze ich im Prinzip das nur für die Benachrichtigung, dann eben für die Uhr und vielleicht ab und zu mal eine Frage oder so weiter. Ansonsten vom Ablauf muss ich sonst nichts sagen. Das ist das typische Android Wear Design. Läuft allerdings sehr flüssig, denn die TicWatch Pro 4G läuft mit einem Gigabyte RAM, wo die normale noch mit 512 läuft. Und das soll anscheinend laut einigen Leuten, die beide hatten, doch spürbar sein. Ansonsten, was ich noch kurz erwähnen wollte, einfach weil ich es von jemand anders gehört habe, ist, dass die Vibration leider eben ja eher einem Summen ähnelt, anstatt einer Vibration. Und ihr werdet es vielleicht schon hier hören. Also, das ist nicht mehr wirklich dezent, weil der Vorteil einer Android Wear oder einer Smartphone soll ja sein, dass ihr Benachrichtigung bekommt, ohne wirklich aufzufallen, werdet ihr mit der Vibration. Also, ich muss persönlich sagen, dass ich sie, gerade bei der Arbeit in einem eher lauteren Umfeld nutze, dann finde ich die Vibration gut, weil ich sie dann spüre, aber hören tut sie dort keiner. Wobei natürlich eine taktile, so wie jetzt bei der Apple Watch, die man einfach nur spürt nicht hört, wäre natürlich besser. Was gibt es sonst noch zu erwähnen? Es gibt eben noch ein normales Always-On-Display, falls ihr das nutzen wollt, was nicht wirklich viel Sinn ergibt. Das bringt eben eher was und ist einfach dabei, weil es Android Wear drin hat. Also, das Normale, wo ihr die Uhr per OLED-Display seht. Da habt ihr aber im Prinzip nicht mehr den Vorteil vom Strom sparen und auch sonstiges nichts. Was gibt es sonst noch zu erwähnen? Ja, im Prinzip Funktionen habe ich euch erklärt, dass ich nicht wirklich allzu viele davon nutze. Zwei Tage durch die ja so komme. Muss ich jetzt im Alltag sagen, fand ich sie besser als erwartet. Auch wenn ich nicht ansatzweise das nutze, was ich mit ihr kann, hat sie mir gefallen. Also, ich habe die Benachrichtigung immer schön sauber reinbekommen. Durch Android Wear kann man die halt wirklich schön lesen, kann auch oft eben direkt darauf antworten. Und die coolen Funktionen sind halt definitiv das Zahlen, das Telefonieren und die ganzen Sachen, die ich allerdings nicht nutze. Deswegen ist sie für mich im Vergleich zu einem Fitness-Tracker einfach den Mehrwert nicht wirklich wert oder den Nutzen, weil ich es nicht nutzen würde. Für die, die es wollen, könnte das was sein. Preislich ist es halt nicht ganz so günstig, denn 330 Euro, 4G-Module und so weiter, das kostet halt alles, ist nicht günstig. Ich denke mal so Richtung Black Friday oder eben auch danach wird es vielleicht noch ein paar Angebote geben. Könnt ihr vielleicht Geld sparen, wenn ihr die normale nehmt, wenn ihr die ganzen autarken Funktionen nicht braucht. Allerdings für die 50 Euro bekommt ihr eben nochmal mehr Speicher und ein leicht schöneres Design und so weiter. Also könnte was für euch sein. Für mich ist es viel zu teuer, ich würde es mir selbst nie kaufen. Aber wenn ihr jetzt jemand seid und lasst mich das bitte in den Kommentaren wissen, der eine Smartwatch, gerade mit Android, wer eben täglich nutzt, lasst mich einfach mal wissen, was ihr damit macht. Denn ich finde es natürlich cool, dass man tracken kann damit und so. Aber wenn ich jetzt gerade viel Sport damit machen würde, würde ich mir eher einen Fitness-Tracker holen, der deutlich dezenter am Arm anliegt und deutlich unauffälliger ist und so weiter. Und die gibt es ja auch mittlerweile mit GPS und so weiter. Also das Ding kann im Prinzip alles. Und es kommt halt darauf an, was ihr wirklich damit macht und ob es das dann auch sinnvoll genug macht, für euch so viel Geld für eine Smartwatch auszugeben. Denn 330 Euro ist jetzt im Vergleich zu einer wirklich guten, noblen Uhr nicht viel. Aber im Vergleich zu einer Smartwatch eben und mit eben teilweise ja limitierten Features oder der limitierten Nutzung eher eurerseits ist es schon viel. Und ja, da würde ich einfach gerne mal eure Meinung zu wissen. Ansonsten muss ich sagen, von der Hardware finde ich sie gut, von der Nutzung finde ich sie gut. Mir hat sie schon gefallen. Aber jetzt eben seit einer Woche Nutzung denke ich mir so, ich brauche sie nicht. Ich fand es halt praktisch, weil ich sonst keine Uhr trage und dann war ich es eben nach einer Woche irgendwie schon gewohnt, immer mal wieder auf die Uhr zu gucken. Und dann habe ich ins Leere geguckt. Also da bist du vermisst, aber nicht genug, um so ein Ding halt eben immer anzuhaben. So, das war meine Meinung. Jetzt eure und bis zum nächsten Mal. Ciao.